Guten Morgen für euch, für euch alle Nummer 28. Heute ist Sonntag. Sonntag, der 19. April 2020. Fragen. Schreib mir, was du anhast. Ist es warm? Schreib mir, wie du liegst. Liegst du auch weich? Schreib mir, wie du aussiehst. Ist es noch gleich? Schreib mir, was dir fehlt. Ist es mein Arm? Schreib mir, wie es dir geht. Verschont man dich? Schreib mir, was sie treiben. Reicht dein Mut? Schreib mir, was du tust. Ist es auch gut? Schreib mir, woran du denkst. Bin ich es? Freilich habe ich dir nur meine Fragen und die Antwort höre ich, wie sie fällt. Wenn du müde bist, kann ich dir nichts tragen. Hungerst du, habe ich dir nichts zum Essen. Und so bin ich grad wie aus der Welt nicht mehr da, als hätte ich dich vergessen. Ein Gedicht von, natürlich, Bertolt Brecht. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis morgen.